Hallo Leute und willkommen zurück zu The Walking Dead und weiter geht's. Suche Hilfe, bevor es dunkel wird. Hau ab! Naja, Suche Hilfe. Ja, es ist nicht sicher am Nacht. Los geht's. Es ist ruhig. Zu ruhig. Die süße Kleine. Ein acht Jahre altes Mädchen hat hier alleine überlebt. Das ist ja der Hammer. Das ist doch echt der Hammer. Ne, da haben wir uns schon umgeschaut. Hier war glaube ich auch nichts. Oh, okay. Zu dem Tor. Am Tor können wir was machen. Da geben wir mal hin. Mal sehen was... Sind das... Ne, das sind... Nein, das sind keine Zombies. Puh. Okay, raus hier. Vielleicht können die uns ja helfen. Was ist das Problem? Muss ich bleiben? Was? Ich will nicht in dem Trierhaus heute Nacht schlafen, aber ich weiß nicht, ob ich gehen soll. Was, wenn meine Eltern nach Hause kommen? Ich werde dich nicht allein lassen. Ich werde dich nicht allein lassen. Ich werde dich allein lassen. Aber man könnte doch das Haus verbarrikadieren. Hey, Mann! Holy shit! Don't eat us! We're not gonna hurt you. Yeah. I thought for a second you and the little one were both gonna give us the chomp. Was ist los? Was ist los? Ja, die sind ja nicht zu übersehen. Was ist das? Ich bin Sean. Sean Green. Lee. Das ist Clementine. Ich bin Chet. We shouldn't be out in the open like this. How about you help us clear the way and we'll take you and your daughter out of here and down to my family farm. It should be safer there. Ich bin kein Vater. Ich bin... Ein Nachbar. Ein Nachbar. Seine Eltern sind aus der Stadt. Los geht's. Zu lange bleiben ist ein Fehler. Was willst du tun? Ich... Der Monster ist gekommen. Wir müssen gehen! Oh shit. Schnell weg. Wir müssen schnell weg. Kommt schon. Kommt schon. Weg damit. Weg damit. Los. Komm. Weg. Komm schon. Nochmal. Und? Verdammte Karre. Komm schon. Die kommen immer näher. Die kommen immer näher. Weg hier. Clementine. Komm rein mit dir. Geil dich. Was? Boah. Das war ein Glück. Das war jetzt echt ein Glück. Boah. Es hätte auch schlimm ausgehen können. Ja jetzt sind wir wenigstens in Sicherheit. Gut dass wir die zwei getroffen haben. Das war wirklich ein Glückstreffen. Ein wirkliches Glückstreffen. Wer weiß was sonst mit uns passieren wäre. Der ist schon ein bisschen dumm. Das kommt jedenfalls drüber. Das war's. Das war's. Das war's. Ich bin froh. Ich bin froh. Ich bin froh. Dann habe ich ihn mit dir. Du hast ein paar Gäste. Ich bin froh. Du bist ein Lebenstern. Ich bin froh. 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 Du bist ein Mann? Ja. Ich bin froh. Okay. Du. Ich bin froh. Ich bin froh. Ich bin froh. Wenigstens kann er uns bei unserem Bein helfen. Mal schauen. Ja. Das ist zu hell. Es ist nicht so schlimm. Wir sind mal ein Harter. Ja man. Was sagst du dein Name? Es ist Lee. Es ist Lee. Schön, dich zu treffen, Lee. Ich bin Herschel Green. Herschel Green. Herschel Green. Das ist doch der aus der Serie. Ein Autounfall. Das ist so. Wo sind wir vor dem Autounfall? Einfach raus. Aus Atlanta. Ich war aus Atlanta. Die News sagt, bleib. Ja, das ist ein Fehler. Wir haben einen Mann. Ein Polizist. Wir sagen die Wahrheit. Ein Polizist. Wir sagen die Wahrheit. Er ist sehr schön. Er ist sehr schön. Ich bin sehr schön. Die Haus ist voll mit mir. Wir haben eine andere Flüchtlinge von drei in der Küche. Wir sind in der Küche. Du und deine Frau sind willkommen da und wir sind hier. Ich habe einen Namen. Ich habe deinen Namen. Clem... Clementine. Ich kann nicht vorstellen, was du durchlebt hast, Clementine. Ich bin nach ihr, bis wir unsere Eltern finden. Hey, Vater. Also, ich denke, das erste Mal morgen, wir müssen die Flüchtlinge über die Flüchtlinge verhindern. Das scheint nicht notwendig. Oh ja, auf jeden Fall. Dein Sohn hat recht. Auf jeden Fall. Dein Sohn ist recht. Du wirst dieses Ort fortführen. Dinge wie das nicht passiert hier draußen, Sean. Dad, ich bin ernsthaft. Lee, komm mal. Sag ihm, was du dort dort sahen, Mann. Ein Mädchen ist... Teenagere Frau, mit einer Gute auf dem Boden spielte, stieg aus dem Tod und versuchte mich. Nun, mach was du denkst, du solltest. Wir haben viele Rechte, wie es ist. Lee und die Leute in der Küche können in der Morgen helfen. Wir müssen das wirklich machen. Ich habe bereits gesagt, okay. Wir haben gar keine andere Wahl. Wir haben gar keine andere Wahl. Es sollte morgen besser fühlen. Danke. Und wenn deine Beine kalt ist oder die Flüchtlinge nicht runter geht, dann bist du wahrscheinlich mit einer Infektion. Was tun wir dann? Wir müssen wahrscheinlich nur dich schreien. Wir müssen wahrscheinlich nur dich schreien. Wir müssen es schreien, es schreien und du bist gut. Die Kleine im Hintergrund, ey. Es gibt Blankets und so in der Barne. Wir werden dich schreien und früh sehen. Komm morgen, in welchem Weg du denkst, du gehst. Ich denke, um die Beine zu machen. Okay. Okay. Ja, Hirschel ist ein netter Mann. Oh. Die Scheune, die kennt man aus der Serie. Da haben sie so ein paar gefangen gehalten. Mist, scheiße, weißt du, Mist. Manier. Manier? Manier? Wie, wenn ein Hörer plopst? Just like that. Ich habe meine Mutter und Vater gefehlt. Ich schreie, Clem. Wie weit ist Savannah? ziemlich weit. Oh. Okay. Hey. Schlaf, kleines Mädchen. Erhol dich. Nachdem er sie alles durchgemacht hat. Ich liebe dich, Baby. Ich bin Krankheit. Na, du hast in einem Büro gegessen, kleine Frau. Glückwunsch, dass du keine Späder in deinem Haar hast. Aber ich glaube, dein Vater schreckte sich nicht. Ich bin nicht dein Vater, der Name ist Lee. Ich bin Kenny. Vater, wir sind in der Nähe des Fens. Da ist ein Trachter und alles. Wir müssen gehen, oder wir werden nicht hören. Das ist mein Kind, Ken Junior. Wir heißen ihn Duck. Duck? Ja, nichts hat ihn verletzt. Wie ein Wasser aus einem Duck. Das ist eine wertvolle Handlung. Keine Erinnerung. Aber ehrlich gesagt, ich denke, dass er so dumm wie ein Bagel von Hämmern ist. Dad! Er macht es mit Enthusiasmus. Die Worte ist, du bist auf dem Weg nach Macon. Meine Familie ist von dort. Macon ist auf dem Weg. Persönlich empfehle ich mich für einen Mann, der ein paar Hände zusammen kann, wenn er muss. Klar, wir kommen mit. Natürlich, wenn ihr uns mitnehmt. Das ist ein Plan, dann. Honey, Duck, das ist Lee. Und, äh, was die Frau ist? Clementine. Clementine. Das ist ein sehr schönes Name. Danke. Wir müssen arbeiten. Wir haben alle gesehen, was diese Dinge tun können. Die schneller wir diese Fens auf, die besser. Ich will eine Fens. Ja? Ich brauche einen guten Foreman. Du kannst auf dem Trachter und grüß mich, wenn ich eine Warte. Auf dem Trachter? Cool! Duck und ich fahren. Ich kann einen Augenblick auf deiner kleinen Mädchen hier auf dem Trachter halten. Wir können uns besuchen. Okay, man merkt schon, dass, dass doch recht viele Gespräche, äh, geführt werden. Und, ja. Und jetzt mal an, was die zwei hier zu erzählen haben. Wir haben einen schönen Tag mit Katja Clementine. Ja. Hm. Hm. Ähm. Du musst in die Pfarrung gehen, oder so was? Lee. Eine junge Frau kann sich um sie selbst beantworten. Ja, okay. Ja, Entschuldigung, ich mach mir halt, mach mir halt Sorgen um sie. Oder könnten wir noch mit, mit ihr reden? Hey, ihr zwei seht ganz entspannt aus. Ich denke, wir machen einfach gut. Clementine erzählte mir über die erste Karte. Oh, ähm. Wie ist das? Wie war's in der Stadt? 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 Ich war einfach. Wir haben so viele Leute, die Hilfe brauchten. Und wir haben einfach Leute überprüft. Ja, was willst du auch sonst machen? Wer nicht? Das sind die Dinge, die wir für leben, richtig? Mit denen weg, was ist der Punkt? Also, äh, was machst du, wenn die Hörer nicht umgehen? Ich bin eine Veterinärerin, zurück in Fort Lauderdale. Wie Herschel hier, aber mehr mit Hähnchen und Katzen und, äh, nicht Hörsen. Was ist es, was du machst, Lee? Ich war damals an der Universität Georgien. Wir müssen uns hoffen, dass wir schnell zurückkommen können, Lee. zurück zu normal. Es kann nicht so bleiben. Nein, ich war... Ich wurde ein bisschen zurückgezogen. Das ist zu schlecht. Na gut, ich höre, dass Leute immer wieder zurück in die Schule, nach einem großen Verlust. Leute wollen nicht die Ignoranz sterben, ich glaube. In ein bisschen zurück. Okay, Lee. Ja, aber Gott sei Dank, die weiß halt nicht, wieso wir unsere Arbeit verloren haben. Und ich weiß es auch nicht, und ich würde es ehrlich gern mal erfahren, wieso. Kann ich helfen? Hm? Hm? Ich hab keine Ahnung, geht schon. Keine Kinder. Nein, nein. Nein, keine Kinder. Ich würde einen lieben, dann. Ich würde einen lieben. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Wie ist dein Vater? Gut, ich denke. Katja hat eine Freundin in Memphis. Wir sind zurückgekommen. Wir sind zurückgekommen. Wir sind in der Gas station, und ein Mann, meine Mannen. Ich dachte, dass er ihn schützelt. Ich dachte, dass er ihn schützelt. Ich bin über zwei Sekunden, und... Christ. Ich bin nur Glück, ich bin da. Ich war da. Wir sahen viele Körpern, bevor wir Herschels auf den Herschel. Aber... Wir sind eine schwierige Familie, Lee. Wir werden uns nichts verletzen. Hm. Scheint so, ja. Was hast du jetzt vor? So, was ist deiner Familie's Plan? Geh zurück nach Lauderdale, und lass dieses Schuss ausgelöst werden. Die Regierung beginnt, die Schäden zu geben, und der Nationalgärter will seine Sache machen. Auf der wunderschönen Chance, dass Dinge zu schlecht sind, wir könnten auf mein Boot, ich glaube. Du hast ein Boot. Ich bin ein kommerzieller Fischermann, die Mackerel, Dolphin, was, was beitzt und bezahlt. Ich weiß nicht, dass es sich schützt, aber das Boot ist nicht so schlecht. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Delfine zu jagen? Das ist doch gar nicht erlaubt. Das ist doch verboten. Naja, gut. Auf dem Schwarzmann wird's wahrscheinlich genug Kohle einbringen, ne? Okay, wir helfen dem zweimal ein bisschen beim Zaunbau. Na, Kleiner? Na, Kleiner? Wie geht's, Duck? Gut, ich werde den Traktor fahren. Ich bin der Pfarrer. Leicht mit deinem Bein, Sean. Sean arbeitet noch auf dem Fenster. Hayley. Neugierst du eine Hand? Das wäre großartig. Wenn du diese zwei Beine in die Linke kümmern könntest, dann würde das sicher schützt. Ja, das machen wir doch mit Links. Diese paar Bretter da. Dieser Zaun wird einen Scheiß nutzen, sehe ich schon. Der Zaun weiß nicht, wie schlecht es ist. Nein, er ist nicht. Ich habe einen Mann in der Atlantäne kümmern, einen Kind. Ein Mann. Ein Mann. Ich habe einen Mann in der Atlantäne kümmern. Ich habe einen Mann in der Atlantäne kümmern. Ich habe einen schützt. Ich könnte einen schützt. Vielleicht. Vielleicht. Wenn es weit weg wäre. Ich bin glücklich, dass wir dieses Fenster gebaut haben. Der Vater möchte einfach die Familie sicher halten und denkt, dass die Menschen in die ein größere Gefahr ist, als was da drin ist. Wie geht's mit deiner? Wie ist deine Familie? Meine Familie ist in Macon. Ich weiß nicht, wo meine Ex-Frau ist. Meine Brüder und Eltern sind in Macon. Ich hoffe. Oh Mann. Ich hoffe auch. Vielleicht ist es da nicht zu schlecht. Dieser Balken läuft ganz schön schnell runter. Das ist wahrscheinlich alles, was ich für heute kümmern muss. Danke. Okay. Und Sean? Vielen Dank für den Rücken. Kein Problem, Lee. Ich könnte dich hinterlassen. Anyway, wenn du meinen Vater hier sehen möchtest, er möchte etwas Hilfe in der Bar. Okay. Schauen wir mal, ob wir... Ah, der geht gerade in die Scheune. Schauen wir mal, ob wir Herschel helfen können. In der nächsten Folge von The Walking Dead. Bis dann, Leute. Haut rein. In der nächsten Folge. Und wieder rein. Entschuldigung. In der nächsten Folge. In der nächsten Folge. In der nächsten Folge. Untertitelung des ZDF, 2020